Ich schwöre das schon wieder. Oh, ich liebe dieses Spiel, Mann. Ich schwöre, jetzt startest du ganz, 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 ganz kurz den Stream und bekommst den Headshot-Sniperer, der ist schon verlierend. Ja, es hilft mich schon leicht an, bin ich ganz ehrlich. Ja, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, es hilft, es heilt die Kraft! Ja, es hilft, es heilt die Kraft! Hey, Mann, Servus, Team, Alter! Freut mich, dass du hier bist! Lass du, Arina! Ja, können wir machen! Ich bin noch diese Runde solo fertig! Ja, musst mich dann halt einladen! Gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir, gehen wir holen! Gehen wir, ich bin noch ein Klor-Klor-Klor-Klor-Klor-Klor-Klor, oder? Boah. Nein. vigorllounce kann sich auch andere Sachen haben außer dieser Schei-Sponsor? Ich glaube, du hast mich nicht mehr als Epic-Freund. Ja, schreib mal deinen Epic rein, Bro. Könnte ich schwören, dass da nicht Chaste mir angezeigt worden ist? Äh, Bro, komplett lost, das Spiel, komplett. Ist ja oben vom Himmel eine Chester anzeigbar, oder? Ich wünsch mir halt keine Waffe, ich wünsch mir einfach nur Blueland, bitte. Einfach nur Blueland, bitte. Ja, wow. Immerhin habe ich es. Ja, krass, ja. Bro, dankeschön Epic Games für die Tags. Dankeschön, aber ich brauch den Bullshit jetzt nicht. Ich brauch den Hiel jetzt. Ich brauch den Hiel jetzt. Ich brauch den Profi an. Die zwei ganz nett von Epic Games, dass sie mir da wirklich gute Waffen geben. Muss ich ehrlich zugeben, das sind wirklich gute Waffen. Ja. Ja, dunkelhaft. Blue ist ganz nice. Aber ich schwör, ich krieg kein Blue Life. Und dann kommt wieder so ein Bullshit-Gegner und schießt mich von hinten nieder. Ich kenne das Szenario von Fortnite schon. Ach man, das ist doch alles wieder dieses Script. Trios. Ja, könnten wir machen mal wieder. Ja. Schaut, da hinten schießen sie ja schon. Und ich hab nicht noch mal im Handy zu erraten. Das kann schief ins Auge gehen. Das kann ganz, ganz, ganz schief ins Auge gehen. Wenn ich jetzt nicht gleich irgendwas bekomme. Ich bekomm nichts. Das Spiel gönnt mir nicht. Ja, und der Snipe wie dumm und dämlich. Und ich hab keine Waffe. Ja, keine Waffe ist gut, sag ich. Ich hab halt kein Blue Life. Au, seh ich da hinten. Au, da ist ja auch ein Piggy drin in dem Scheißhaus. Felix, moin. Boah, wenn da jetzt Minis drin gewesen wären. Oh, die Zone hab ich ja gar nicht geachtet. Fuck. Aber so ist es dann ein Ding. Ich hoffe, es geht auch nicht. Ich habe die Zeit. Ich habe keine Ahnung, aber danach ist das Ding. Es ist ein Ding. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, die Ahnung. Ich habe die Ahnung. Ich habe die Ahnung, das ist alles besser. Ich habe die Ahnung, ich habe ein Ding, aber ich habe mich gesagt. Was? Den Schuss habe ich ja so arg genervt. Oh mein Gott, ich bin einfach drüber gesprungen. Der Typ fühlt sich richtig mies. Einfach drüber gejumpt, Bro. Oh mein Gott, wie muss der sich fühlen? Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gehabt in Fortnite. Oh mein Gott, einfach drüber gejumpt über den Sprung. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Oh ja, oh mein Gott, fuck. Let's go. Nummer 1. Bro, klappt es? Ja, ich hole mir erstmal die guten Waffen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was macht der denn? Ist bescheuert Oh mein Gott Junge Bro Oh mein Gott Bro Sit down Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Ich spiel seit einem Monat verfickt nochmal nicht mehr Fortnite Was ich mit dieser scheiß Lobby mache ist unnormal Jungs gibts zu man Oh was ist ein geiler Ich spiel es gerade richtig man Jungs sorry dass ich so ausgerastet bin Aber oh mein Gott Bro das ist komplett ermordet worden Komplett ermordet worden Oh mein Gott Oh mein Gott Jungs sagts mir doch Oh mein Gott Was ein kranker Sniper Das ist ein Lama da hinten Ne Huh Ich lege Ich lege Das ist Das ist Was ist das? Mann, du bist einfach eine Legende, ja, Bro, ich weiß gerade gar nicht, wieso ich diese Lobby so auseinandernehme. Und diese, diese scheiß Waffe da, die lasse ich so hart liegen, weil ich finde, die ruiniert das ganze Game, ne. Oh mein Gott, ich schwöre, das waren so zwei kranke Kiddes, Bro. Ja, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, der Gegner war zu greedy und wollte mich haben, aber ich glaube schon, er hatte schon so eine Mordlust, würde ich nicht sagen. Er wollte mich unbedingt snacken, aber das kann er so hart vergessen, der Typ. Das Movement ist halt ganz wichtig, das ist beim Controller eigentlich schon so ein bisschen eingestellt, aber so ein 40% ist schon eingestellt beim Controller Movement her. Und, ähm, ja. Nein, nehmt die mit B90, ist free win. Ja, Bro, aber ich kann mit der nicht. Ich nehm lieber, ich nehm lieber, ich nehm lieber, schau mal, das Ding ist, ich swipe nicht zwischen die Waffen. Das heißt, ingame benutze ich dann wahrscheinlich nur die Tag und Fernkampf halt die beiden Sachen, weil mit Sniper habe ich ein ziemlich gutes Gefühl. Also, ich weiß, wie ich damit umgehen muss und Sturmgewehr sowieso eigentlich immer, sollte immer dabei sein. Und B90 kann ich da jetzt leider nicht einbauen, weil ich, 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 ich tue ja nicht, ähm, Tag, B90, Tag, B90 machen. Das mache ich ja nicht. Ich könnte, ich könnte anstatt dem Sturmgewehr am B90 mitnehmen, ja, das, das, das hätte, das hätte vielleicht gepasst, aber, äh, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube, ich hole mir den Loot Drop, glaube ich. Weil ich den, glaube ich, bräuchte. Nein, was ist brauchen? Ja, ne, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Lass mit, lass mit, mit der Seilbahn rüber, dann kann man gut ins Circuit. Okay, okay, gegen die will ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin gleich da, Fabian, okay? Kein Spreis, bitte. Bin gleich da, wo. Aber ich finde es ganz nett, dem, dass du noch Tipps gibst. Aber, ich kenne mich in dem Spiel eigentlich recht gut aus, würde ich meinen. Ich habe auf jeden Fall Hardmats, das passt schon mal. Also, ich habe genug zum Bauen. Ja, und sonst gibt es jetzt da keine sonderlich großen Probleme. Okay, okay. Bro, sind das immer von Bullshit? Ja, komm, lass einfach contesten. Bro, ich gehe da jetzt. Oh, hat er den gesnipet? Nee, oder? Oh, ich glaube, er hat mich gesehen, oder? Kann das sein? Ja, klar. Oh, nein, hat er nicht, hat er nicht. Das ist besser jetzt für mich, weil, wenn ich jetzt hinter ihm komme, kann ich ihn so hart von hinten snipen. Ja, genau, das ist gut. Okay, ich weiß jetzt leider nur nicht, ob... Oh, fuck, er ist gesnipet worden, bro. Den muss ich pushen. Ja, ja, tun wir, tun wir, tun wir springen, tun wir springen, bro. Bro, genau. Dann geht's los. Ach du, heilige Scheiße. Kleiner Bastard, mach noch einmal Floss, Alter. Ja, drecks Hurensohn. Bro, dieser Disrespekt, da kommt dieses Karma, da kommt es, Mann. Hör auf, Junge. Es ist keine Chance, du Drecks Bastard. Season 2 Spieler, Alter. Kleiner Hurensohn, Alter. Ich hoffe, ich hoffe, ich seh deine Mutter, Alter. Die wird heute so arg, arg geschwängert, der dumme Mom, Alter. Warte nur, Alter. Und dein Bruder nenn ich der Muhammad, Alter. Drecks Kind. Ja, Bro. Es ist mir so egal, es ist mir so egal, Bro. Jungs, es ist mir so egal, es ist mir so egal, Mann. Scheiße. Ja, Bro. Fünf Kills habe ich, glaube ich, komplett auseinandergenommen. Weißt, ich... Ich könnte sagen, okay, das wäre jetzt ein bisschen abgehoben. Aber spielerisch weg, Safe Call der Beste in dieser Runde gewesen. Safe Call. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mann, ey. Ja, ich weiß, bei mir tut's grad irgendwie lag'n oder so. Mach'n reden. Mach'n reden. Mach'n reden. Mach'n reden rein. Mach'n reden rein. Mach'n reden rein. Timmy, mach'n reden rein, du kleiner Piccolino-Fan. Ja, ich bin 50. Warte, ich bin so hart aufgewärmt, oder? Mann, Piccolino-Fan. Dinosaurier-Schnüssel. Hast du ihres Firm zu vermeiden, oder? Schnoller, Havi. Wir sind kleiner rund. Manni. Ja. Den hast du aber richtig zerfetzt. Mach'n mal einfach flach, du dreckiger Hurs. Manni, Digga, hast du schon mit dem 13, oder was? Was bin ich? Du hast schon mit dem 13, oder so. Manni, Manni, wie alt denkst du bin ich? Bist 14. Ja. Ja, ich bin 15. Lassen wir euch nicht an wie so ein Mädchen. Ich wär' immer auch nicht unbedingt. Der Werner hat's halt ein bisschen auch. Wie so ein McDonalds angestellter, aber sonst... Werner, ich soll... Werner? Na, du sollst es nicht, Havi. Dann ist er wieder von 150. Na, der Werner, der Werner lacht selbe drüben, Werner. Der Manni hat schon, du ja, wie ein McDonalds angestellter. Manni, ich kann nicht mal... Ich würde komplett... Manni, hast du dir den Oskanak eigentlich abgeholt? Oder hast du dir erfordert in den Zellen? Ich glaub... Der Oskanak ist wieder reingekommen. Der Oskanak ist wieder reingekommen. Der Oskanak ist... Der Oskanak ist... Der Oskanak. Der Oskanak. Ich kann dir einen Stuff-Controller. Ich kann einen Stuff-Controller... Ich schick dir heute ein Bild von meinem Controller. Das ist der scheiß Controller, der bei Müller um 60 Euro bekommt. Da ist nichts dazu gebaut, was gar nichts ist. Ich muss doch bald nicht was, dass wir heute hingehen. Der Fabian hat doch gesagt, ja, aus zu springen. Ne, du auf. Mei, Alter, Havi. Ich bin natürlich mal der, was wieder ein halbes Jahr zu spät gelauntet ist. Aber ich muss einmal der Wahl zu dir kommen. Will ich mit dem Grauen RR jetzt? Oh, ein Rapid-Ear-Sniper, weil damit wird so paniert. Keine Waffe. Mike, mach auf von deiner AK! Er, alles! Jetzt! Richtig, ihr Krokod! Ach, Timi! Schau, Timi! Junge, ich glaube, ich hab da jetzt ein Kill. Jetzt zerstören wir so hart die Lobby. Wenn du jetzt der epische Sieg wird, dann ist Marnie unser Dreh-Maker. Fast. Ja, warte. Da ist er an mir, Bro. Selekt er bei mir hoch, aber ich komm. An mir. Ich seh! Crack, dead! Ja, ich hab... Was? Was? Ich verhör Marnie. Ja, mach das. Junge, wir sind ganz hier an mir. Lass aufs Hausdach gehen und High-Ground. Was? Bro, warte! Fabi, 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 komm her! Oh mein Gott, der... Da unten liegt Chili, Bro. Der ganzes Pio an mir, Mann. Nice, Abi. Rass aufi. Wo waren die? Da hinten sind die kleinen Trennern. Ich glaube, die pushen von da, Bro. Pass auf. Aber da, da, links, wo noch... Am Schickrack? Oh mein Gott, fuck. Ich kann da nicht bauen, Bro. Ich kann nicht bauen! Man, keine Gumi, Mann. Ihr seid so ein Sandfish, ne? Scheiße, Mann. Hääääh! Seidens erste Runde heute, Digga. Ich wurde angefasst. Marnie recht sich gerne. Ich werde dann jetzt einen No-Wee reintrücken, was du dir anschaust. Komm rein, Habi. Du kriegst einen No-Skopf. Komm rein, du kriegst einen No-Skopf. Der schießt sich nur zu fest. Na, der, der, der. Die sind beide im Abschnitt gelöst. Was machen die? Fuck, Alter. Ja, Habi, was hätt ich machen sollen, Alter? Nee, genau, einhälst dich mit deiner Tür. Mit dem Frost der No-Skopf. Der ist auch so, dass das so viel bleibt, was sie wäre. Der ist auch so großartig von McDonalds. Wow, man macht schon wieder so viel Spaß, das Spiel. Ich weiß gar nicht, wo hin, vor lauter Spaß. Mani! Habi, ich tue gerade Streamen, wir fahren gerade Blumenheim, Habi. Was? 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 Wer kaufen sich denn Bullshit? Super spannend, Alter. Das ist ja nicht Bullshit, Alter. Wer kaufen sich denn Scheiß? Was? Was hat denn das an? Das ist die glatte Fähigkeit. Ja, eben. Das ist wie man den kaufen. Habi, der schaut aus wie der eine, Habi, von den Pringles-Werbungen. Was, wenn man es kaufen? Na, den kaufst du sicher nicht, Habi. Das wird meine neue Mainz gehen. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster legen, aber der, was den es kauft, an den habe ich die Hoffnung schwer verloren. Ich hab das Geld dafür, wenn ich jetzt ausgeben will. Junge, können wir mit den anderen Skins spielen? Ja, hätte auch so gehen. Ich komm mir so los mit dem Skins vor, Digga. Ja, dann lass alle Drafts gut. Ich hab kein 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 Drafts gut. Ich nehm mein Mainz. Habt ihr alle nen Weihnachts-Skin? Na, wir haben kein Drafts. Jetzt muss ich schauen, ob ihr nen Weihnachts-Skin habt. Na, kann ich nicht. Na, hab ich kein Drafts. Na, hab ich kein Drafts. Na, bist du ein Depper, Habi. Hier, das ist mein Weihnachts-Skin. Warte. Ja, nehmt einfach alle nen weißen Skin. Weil den Skins dem auch möchte, keine Ahnung. Ja, jetzt spielen wir los, Habi. Ich will nicht mehr warten, Eure. Und das, was der Fabi da spült, ist ja der größte Blödsinn. Ja, mit nem Spei jetzt. Lade ich noch mal ein, Alex. Gucken wir mal ein bisschen siegt uns. Jungs, wenn ich nicht da bin, äh... Es ist ungratzlich gefahren, super. Äh, wenn ich nicht da bin und es kommt ein Skin von Schräg ausseht, dann sagt's mir das. Da lad ich sofort Geld auf. Weil von Schräg brauchst du einfach einen Skin. Naa, braucht man nicht. Will der nicht Kohl teurer, Habi, wenn du da ausgespringst? Fabian? Naa, 6 Re... Es ist ja nur tiefster Winter und minus 10 Grad. Aber Kohl ist da sicher nicht. Mani. Jaja, Mani. Ich weiß ganz genau, du wirst schwach, wenn du es von Christian Bauer von hinten bekommst. Oh, Christian Bauer, mein Papa hasst Christian. Naa, gib mal auf Tickle rein. Christian Bauer 30 ist eins. Ich kippe das nicht, Alter. 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 Alter, Habi, jetzt hör auf, Mann. Fabian. Vielleicht hast du es jetzt noch nicht gewusst, aber sonst krieg ich einen Insta-Bahn, Alter. Und dann sag ich, da kann ich von meinem Röhrenfernseher streamen, Alter. Mit Face-Game, Alter. Du hörst schön aus wie so ein verpickselter Mann. Ja, 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 ja. Der Tobi mit seinem iPhone 7 Mini. Warte, was der hat. Einen Röhrenfernseher hat er. Der Tobi. Sein Fernseh ist von Poshiba. Der hat... Christian Bauer heißt jetzt Sonos 030. Warum? War ein Strike, weiß ich. Wo gehen wir hin? Was ist denn diese Strong? Dieses Dave ist Strong. Achso, das ist... Hallo, ihr markiert. Lazy. Bro, was? Du hast nie markiert, Habi. Natürlich habe ich die ganze Zeit markiert. Tobi hat nicht markiert, oder? Ich hab... Ne, ich hab auch nicht geschickt. Habi, oder was hast du jetzt für Bauern? Berlin, der Nage neu. Ja, holt sich jemand dahin, die Tag der? Warte, Habi, ich hab nichts gelogen. Jungs, schau dir das aus. Schau dir das aus. Schau dir das aus. Hallo, ausschalten. Boah. Boah, ich mein, ich war's. Jungs, wo ich gelandet bin. Was ist das? Bist du blöd, Habi? Jungs, ich bin hier Lazy. Geht da weg. Stork, Timmy. Na, Lazy ist halt blöderweise uncontested, ne? Lazy ist nicht uncontested. Fack, ich bin länger und hab's nicht gelandet. Ja, ich mein. Jo, der Havi war's nes. Oh, der Havi ist zippt. Oh, der Havi ist zippt. Oh, ich hab's nes. Ah, ich hab's nes. Die Hade geht doch richtig nach oben, also so doch. Du weißt, du meinst. Ja, ja, jetzt geht's lieber. Ja, wie soll ich jetzt zu euch kommen, Mann? Fack. Wie war's denn, halt zaubert hierher. Ja, zurück, ja. Oh, ohne, ohne. Ey, auf was für'n Server spielen wir, Digga? Das wird sich... Das ist für dich so E-Kraft dran, das Spiel gerade. Mann, ich mein Moven ist voll gut geworden. Ja, pui krank, oder? Also wer hat hier so'n Bambus-Internet, Digga? Ich hab keinen Bambus-Internet. Ja, warum? Ich hab grad'n 5-Wer-Ping. Das ist für dich so E-Kraft dran, gerade. Ich hab 5-Wer-Ping. Oh, der hat da Timmy spielt Minecraft, oder? Bist du tapert. Das ist für dich so E-Kraft dran, Manni. Das wär ganz nett, ja. Wär ganz nett. Ja, ja, ja. Schau dir den auf mal. Da ist es noch, ja. Oh, da brauchst du den Craig da. Alex, Alex. Den auf. So, ich fahr' wie ich komm zu dir, Digga. Ich bleib' mich nicht, wenn ich... Ich weiß nicht wie einer. Digga, ist weg! Alter! Er sagt, er hat durchgehend 5-Wer-Pinger. Der ist weg! Leck weg! Leck weg! Leck weg! Schau dir den auf mal auf. Wie kippt'n der dich? Fuck! Ich bin begeistert, Fabian. Begeistert bin ich. Und jetzt gönnt euch schon eine Minute. Ich komm zu dir. Ja, weit durch, weit durch. Let's go, Harvey. Ich leck' um ein Jahr hoch. Ich spiel' schon. Ich bin bald Champion, Harvey. In ein paar Jahren. Warte, 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 warte. Wir sind noch nicht, wir sind noch nicht. Warte, warte, warte! Du bist gar auf. Alter, du Aim! Leck mich auf einmal. Lass, Fabian, du musst hoch! Ja, komm, komm, komm! Ja! Der hat beide geholt! Wo ist der, Digga? Ich hab' dir den Finish geholt! Komm, mich, mich! Komm, 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 komm! Er holt mich mit dem Bruder! Hey, what?! Nee! Ah! Jetzt rück's los! Noch mehr! Noch mehr! Noch ein Trio, Scheiße! Bau hinter dir zu, Bro! Du hast keine Mets mehr, Harvey! Hör auf, du retakest! Nein, er ist gerückt! Es gerückt! Bro, Fabian, du musst unbedingt zauen, dass du da wegkommst! Ja, ich komm' in meine Ruhe rein! Ja, ich komm' in meine Ruhe rein! Wenn da nicht jedes Mal neue Gegner kommen würden! Jungs, Alter, mir fehlen noch... Ich weiß gar nicht, Jungs, aber... Was halt jetzt davon, wenn wir zu dritt versuchen Champions bluschen? Ich muss noch warten, bis ich noch einen Controller hab' Ich schwör's dir, da bin ich nochmal ums Zehnfache besser! Und ich check halt dann, Timmy, da bin ich noch ums Zehnfache! Timmy? 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 Okay, ja, passt! Passt, passt, passt!